Wie viel lieb ist es heute? Es ist 6-mal lieb. Die Zeit läuft ab jetzt. Acht junge Spitzenköche. Sie sind talentiert, ambitioniert und bereit, ihr es können zu zeigen. Alle haben sich minutiös vorbereitet. Alle wollen mit ihrem Fegi- und Fleischgericht Jury überzeugen und Trophäe gewinnen. Das ist der Golde Koch, der renommierteste Kochwettbewerb der Schweiz, moderiert vom Spitzenkoch Ivo Adam. Nach dem vegetarischen Gericht haben sie jetzt mit dem Fleischgericht nochmal die Chance, die Jury zu überzeugen. Und zwar, wie sie die Pflichtzutaten zubereitet, wie die Harmonie im Geschmack ist und wie es das Ganze präsentiert. Das Auge isst mit. Und das ist der achte und letzte Kandidat. Hallo, mein Name ist Sean. Ich komme aus Genf. Ich bin 27 Jahre alt. Sean Hollier ist Chef de Bechti im Hotelrestaurant Valchose zu Couchmo. Arbeitskollegen sind zu Freunden geworden. Und woher kommt Sean seine Begeisterung fürs Kochen? Wie bei so vielen. Vom Mami hat er eine andere Leidenschaft geerbt. Ein Ausgleich zum stressigen Job und Ich denke, das ist ein bisschen solitär. Und er mag das. Allein in den Bergen unterwegs ist für Sean eine pure Inspirationsquelle. Wenn ich in der Natur bin, bin ich natürlich auch durch das Universum und diese Diversität, die mich inspiriert. Und die mir auch ermöglicht, mich in der spirituellen Erinnerung und die Welt einfach anders zu spüren. Das Leben geniesse Sean auch beim Essen mit ganz besonderen Zutaten. Et voilà, passer un bon repas avec des gens qu'on aime autour d'une belle table, avec une belle cuisine, quelle qu'elle soit. Quand les choses sont faits avec le cœur et quand le moment est partagé pleinement. Bah, au final c'est ça. Jean, ça marche? Ça marche bien. Mais c'est deux minutes, je reviens. C'est bon. Ja, mais je sais, das ist ein Sportler, die kämen sind schnell unterwegs, hein? Die Bergtüren, oder? Dieu dit tous les plans qu'il doit faire avec l'amour. Combien l'amour c'est dedans aujourd'hui? Il y a six mois d'amour là-dedans. Six mois d'amour. Intensif. Intensif. Six mois préparation pour cet contest. Exactement, oui. Mit dabei am Halbfinale auch seine Mutter. 2018 war sie als zehnte Schweizerin auf dem Mount Everest. Sie sieht Parallelen zur Challenge von Sean. Je trouve que c'est aussi beaucoup d'engagement et beaucoup de, comment dire, d'exercice et de temps pour y arriver. Plus on y passe de temps, plus on s'entraîne, et bien plus on a des chances d'arriver en haut et de réussir ce concours. C'est maintenant que je me pousse à aller chercher le détail, aller chercher la perfection des techniques, la maîtrise des techniques, la maîtrise du geste. Et le jour du concours, ça ne sera juste que la démonstration de toute cette expérience que j'aurai acquise. Erfahrung und Training, etwas, das ihm am Anfang seiner Karriere noch gefällt hat. La plus mémorable, qui me fait beaucoup sourire aujourd'hui, en apprentissage, au début je savais pas que quand l'huile était trop chaud, elle prenait feu. Et j'avais une brésière très très chaud, j'ai mis beaucoup d'huile dedans, tout a pris feu dans la cuisine. Et ça aurait pu finir en catastrophe, mais on a réussi à maîtriser, on n'est pas pompier, mais on a maîtrisé le feu. Feuer hat Assis Menü. Die Schweizer Bouletbrust ist gefüllt mit weiterem Bouletfleisch und schwarzem Trüffel. Dazu serviert er schon eine Schenkelrolle, ebenfalls aus Schweizer Bouletfleisch, paniert mit Maismehl, begleitet von einer Tessiner-Polenta, die gefüllt ist mit Tom Flechette aus Couchement. Die Champignons-Spaines sind mit einer Pilzcreme und Rapsamen verfeinert. Die Sausse ist aus Geflügelsaft, gewürzt mit Tannenknospen, gerösteten Rapsamen und Trüffel-Prinnoise. Unterstützung hat es vom Chef gegeben, obwohl... Tout ce que chen va faire au concours, on en a parlé, on a calibré ensemble. Après, c'est ses idées, c'est sa façon de faire, c'est technique, son savoir-faire. Mais en tout cas moi je suis là pour l'orienter dans ce que je pense qui est bien. Den Support schätze Jean. Tout seul on arrive rien, il faut quand même que les gens, qu'on soit entouré de personnes qui puissent nous conseiller, nous aiguiller, qui nous permettent aussi de nous remettre en question. Es geht als Anrichten. Hier kommt Kurt ins Schwitzen. J'ai mis eu les copaux de champignons. Bon, maintenant. Äh, ils sont là-dessus. J'ai mis eu les copaux de champignons. Ah, là. Hopp! Fondé. Für ihn ist wichtig, dass sein Gericht authentisch ist. Auf dem Teller ist auch ein Stück Identität. J'aime une cuisine qui est de produits, de goût, et une cuisine qui soit lisible par tout le monde. Des saveurs claires, pas quelque chose de trop complexe, quelque chose d'évident pour tout un chacun, qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Ton père est Tessinois. Exactement. Tu parles aussi un peu italien ou Tessinois, non? Mais pour ça, tu apprends le polenta de chinesse, non? Eh oui. Eh oui. On va essayer de la sublimer. Mais ton père a goûté ton polenta une fois? Non, pas encore. Peut-être aujourd'hui. Ah, ok. Super. Il va lui demander de goûter. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il sera content. Ah, il sera content. Le solde. Si tu pas un père et tu s'être, tu as une Poland-eindra. Des cadi sur la route pour savoir qu'elle vous douce, sans doute, je suis lié. Action, ilmachine Kologioso. any, c'est fini. Ah, c'est fini. Je ne oublie'm Untertitelung des ZDF, 2020 4, 3, 2, 1 Schöner, bravo! Ist Jean sein Fleischgericht tatsächlich besonders? Hat er eine Chance gegen die 6 Konkurrenten und seine Konkurrentin? Alle Köche haben ihr Fegi- und Fleischgericht der Jury vorgelegt. Den meisten geht es wie Sandra Böhm. Ja, fixen wir fertig. Jetzt steuert der Halbfinale auf einen bewegenden Moment zu. Antworten auf die Frage, wer am 5. Juni im Final mit dabei ist, gibt es auf blick.tv und blick.ch. Die Musik wird verspächtet. Angen mit dabei ist, gibt es auf bayern, in der Betrachtung des ZDF. Dass die Phänfel hier nicht lebt. Wenn die Musik wird, ist die Frage, wer es auf deralle Hälfte der Jury vorgelegt. Die Musik wird das Begeleichter, in der Garten這樣子.